Hallöchen, meine Lieben, heute möchte ich euch einen kleinen Collective Haul zeigen mit dem, was ich so in letzter Zeit alles gekauft habe. Ich habe das jetzt alles mal in die Hollister Tüte gepackt, weil da war ich auch gewesen und ich fange damit jetzt am besten auch gleich mal an. Ich habe mir bei Hollister einen Pulli gekauft, so einen richtig flauschigen Kuschelpulli für den Herbst, Winter oder jetzt auch für warme Abende, für kalte Abende und der ist so rosafarben mit einem mintfarbenen Flockprint und ja, der ist halt einfach super, super flauschig und der war jetzt im Sale gewesen. Der hat 30 Euro gekostet und ich bin jetzt am überlegen, weil der ist wirklich so schön flauschig, ob ich mir nicht noch einen zweiten oder so davon kaufen soll. Und ja, das ist das erste gewesen und das war es auch schon bei Hollister. Dann war ich noch bei Zara gewesen und habe mir hier so ein süßes Top geholt. Das ist, ja, so ein Lagentopf, ganz weit, kaschiert sehr gut, ja, meine Problemzone, meinen Bauch und ich finde das halt einfach super, super, super süß und ja, das hat 29,95 gekostet und das ist halt auch einfach super süß und kann man zu so, so vielem kombinieren. Das ist auch ein Basic von Zara gewesen oder ist ein Basic von Zara. Und ja, ich habe es an der Freundin gesehen und fand es so süß und musste es unbedingt auch haben. Ja, dann war ich bei Kiko gewesen. Da hat mein Freund mir diese Parfüm-Roll-Ons gekauft. Das sind drei verschiedene Parfüms. Das ist einmal Turquoise, ich muss es aufpacken, weil ich kann es durch den Glanz auf der Verpackung nicht lesen. Äh, Turquoise, Tiara, Neroli. Ähm, dann ist es einmal Coral, Fangy Penny and Coconut und das andere ist verkehrt von, weil ich es benutzt habe. Das ist Yellow, Vanilla and Orchid, also praktisch Orchidee und das sind so drei Parfüm-Roll-Ons. Ähm, mit einer Tasche noch für die Handtasche, also man kann die dann in die Handtasche packen und die sehen dann so aus. Und man kann die sich dann hier so richtig schön auf die Haut rollen und die riechen halt einfach so, so gut. Ich war zu geizig, sie mir zu kaufen. Ich meine, die drei Stück haben mir 20 Euro gekostet, aber ich dachte mir halt, du hast so, so viel Parfüm und das brauchst du jetzt nicht auch noch. Aber als ich dann wieder zurückgestellt hatte und mich den Nagellacken zugewandt habe, hat mein Freund es mir dann doch gekauft. Und dann habe ich mich super gefreut, dass ich es doch habe. Ähm, so, dann muss ich mal ein bisschen wühlen, wühlen, wühlen. So, dann kommen wir mal zu den Nagellacken von Kiko. Das ist einmal ein grauer. Das ist die Farbe, hast du eine Nummer, 327, wenn ich richtig sehe, 327. Das sind die ganz normalen Nagellacke. Da gab es ein Angebot, ähm, beziehungsweise die waren alle für 1,60 Euro oder so im Angebot. Ähm, und da gab es auch 10 für 7 Euro oder so. Ja, 10 für 7 Euro, aber ich habe leider keine 10 unterschiedlichen gefunden, deshalb habe ich keine 10 Stück gekauft. Aber ich habe den hier mitgenommen, das schöne Grau. Ähm, dann habe ich hier so einen topfarbenen Nagellack mitgenommen. Das ist die Farbe, äh, 319 gewesen. Dann habe ich einen türkisfarbenen Nagellack, den ich auch sehr, sehr toll fand. Der hat mich direkt angelächelt aus dem Regal. Das ist die Farbe 341. Dann habe ich aus der Kiko Denim Collection diesen grünen Nagellack mitgenommen. Den habe ich auch heute übrigens drauf. Ähm, ja. Der ist eigentlich etwas matt. Ich habe jetzt einen Überlack drüber gemacht, weil ich, ähm, ja, wollte, dass er schneller trocknet, weil ich weg wollte. Und deswegen ist er jetzt glänzend. Das hat mich ein bisschen geärgert. Aber normalerweise ist der, ähm, matt und, ähm, hat so ein bisschen Schimmer drin. Also so matter Schimmer. Und, ähm, das ist die 463. Das war eine LE gewesen. Und ich weiß nicht, wie lange es die jetzt noch gibt. Die waren schon im Ausverkauf. Dann habe ich noch so ein Fancy Topcoat von Kiko gekauft. Das ist so ein roter mit silberlichen Herzchen drin. Den fand ich auch ganz süß. Ähm, wobei diese Herzchen sehr, sehr schwer aus der Flasche rausgehen. Und wenn man die gleichmäßig auf die Nägel verteilen möchte oder so, muss man da schon ein wenig fischen. Und, ja, die Nummer ist die 661. Die gehören auch ins Standardsortiment. Und, ja, den fand ich auf jeden Fall ganz süß. Ich habe ihn auch schon getragen. Aber, ja, wie gesagt, sehr schwierig und sehr fiddlig, die Herzchen da rauszubekommen. Dann habe ich ein Kiko Nail Care Lack gekauft. Das ist der Ultra Long Post Stress Treatment Base Coat. Ähm, weil ich ja jetzt kein Gel mehr auf den Nägeln habe, sind meine Nägel extrem weich und brüchig und rissig und werden auch immer kürzer irgendwie. Ähm, deswegen probiere ich es halt jetzt mit allen möglichen Base Coats und Long Lasting und, ähm, ja, halt allen möglichen Unterlacken und Pflegelacken und was man so alles auf die Nägel schmieren kann, dass meine Nägel wieder einigermaßen schön werden. Ja, der kommt halt in dieser schwarzen Verpackung mit Anleitung und sieht so aus. Und den habe ich auch schon getestet und ich finde den eigentlich sehr, sehr gut. Und der Nagellack hält auch sehr lange drauf. Also den, den Lack, den habe ich jetzt, wann habe ich den lackiert? Ähm, Freitag. Freitag. Ja, also der ist jetzt gut. Ja. Ein paar Tage drauf, also normalerweise schubbelt sich der Lack bei mir relativ schnell ab durch das Tippen auf der Tastatur und so. Ich weiß nicht, sind die Nägel hier vorne immer abgeschubbelt. Und, ähm, ja, der ist jetzt fünf, fünf, sechs Tage ist er ungefähr jetzt drauf. Und, ähm, ja, aber das kann natürlich variieren, wann ich das Video hochlade. Ich habe es jetzt heute Abend einfach, weil ich Lust hatte, mal gedreht und weil sich einfach schon so viele angesammelt hat. Und, ja. Ähm, dann habe ich noch einen Spotproof Eyeliner von Kiko mitgenommen. Die sind auch neu. Ähm, und das ist die 04. Weil, ja, wie man merkt, stehe ich momentan irgendwie auf grün. Und habe mir jetzt auch noch einen türkisfarbenen Eyeliner geholt. Der hat so einen schönen Schimmer. Und der hält auch super, super lang, hält sich super gut. Und, ähm, ja, der hat so eine Spitze. Das ist praktisch ein ganz normaler Eyeliner. Und, ja, also, ich würde mir auch noch weitere davon kaufen. In anderen Farben. Den gab es auch in Grau, Lila, Schwarz und so weiter und so fort. Ähm, Preise weiß ich jetzt leider nicht mehr. Den Kassenzettel habe ich schon weggeschmissen, weil es ist einfach jetzt mal alles eingesammelt, was ich in letzter Zeit alles gekauft habe. Und, ja, den kann ich euch auch nur empfehlen, wenn ihr wirklich jetzt im Sommer fürs Schwimmbad lang anhaltendes Make-up habt. Wollt lang anhaltenden Eyeliner. Da ist der sehr, sehr gut. Dann, ähm, leere Tüte. Zu guter Letzt, ich sammle mal alles ein, was hier unten reingefallen ist, war ich noch bei DM gewesen. Ähm, ja, ich habe nochmal, wir sind übrigens, doch nicht nach Stuttgart gefahren, aus persönlichen Gründen. Hat es leider nicht funktioniert und jetzt fahren wir in drei Wochen nach Stuttgart. Und, ähm, ja, deswegen habe ich jetzt nochmal so ein zweites, ähm, ja, Zahnbürstenverhältnis geholt in rosa für mich, ähm, weil ich dachte, wir hätten noch eins, aber, ähm, ja, haben dann doch keins mehr gehabt und jetzt habe ich noch eins, beides nachgekauft. Dann habe ich von Rexona Woman Maximum, Maximum Protection das Deo nochmal nachgekauft, weil das ist so, so, so gut. Also so ein gutes Deo wie das hatte ich noch nie gehabt. Das hält ultra lange, also ich renne damit den ganzen Tag durch die Hitze und auf der Arbeit muss ich öfter mal auch langärmliche Oberteile oder Blazer oder sonst irgendwas tragen. Und ich habe einfach gar nicht das Gefühl, verschwitzt zu sein oder in irgendeiner Weise zu riechen oder mich unwohl zu fühlen. Ähm, was ich halt sonst immer so, nach einem halben Tag habe ich mich immer babbig gefühlt und musste dann direkt, äh, auf die Toilette laufen und mich mit Deo einsprühen oder sonst irgendwas. Das habe ich damit eigentlich gar nicht. Und, ähm, das kann ich euch allen nur empfehlen. Ja, es ist Aluminium drin, aber, ähm, ganz ehrlich, ich denke mir, solange mir keiner zu 100% nachweist, dass Aluminium Brustkrebs, äh, verursacht, benutze ich es weiter und, ja, es gibt so viele Sachen, die irgendwas, Krebs erregen können oder sonst irgendwas. Wenn wir auf alles verzichten würden, ähm, dürften wir so gut wie gar nichts mehr nehmen. Also, ähm, ja, deswegen ein Aluminium verseuchter Deo-Stift, aber Hauptsache er hält. Ähm, dann haben sich meine Sohlen in den, einen Sneakers verabschiedet, deswegen habe ich mir von Balea mal die Cool & Fresh, ähm, Sohlen gekauft, um sie mal auszuprobieren. Ja, hatte ich noch nie, keine Ahnung, hygienisch frische Sohlen. Normalerweise habe ich immer die Einwegsohlen, die laufen sich aber einfach viel zu schnell durch. Ähm, das sind auch so frische Sohlen mit so einem Minzduft oder so. Und, ähm, jetzt wollte ich einfach mal die probieren, ob die, ähm, was taugen und wenn die was taugen, werde ich die mir sehr wahrscheinlich für alle meine Sommerschuhe holen. Und, ja, das ist übrigens auch eine Limited Edition, keine Ahnung, ja, habe ich einfach mal mitgenommen. Ähm, ja, dann was unspektakuläres, wie der Ebelin Wattepads, 70 Wattepads, ähm, mit Seidenextrakt. Die nehme ich halt super gerne, um die Augen abzuschminken. Und, ja, ist jetzt nichts wirklich spektakuläres. Dann habe ich von Balea solche Augenkonzentratkapseln gekauft, intensiv glättend. Liebe euch, jetzt mit 25 sollte man vielleicht mal anfangen mit glätten. Und, ähm, ich habe halt auch immer hier so trockenfalten unter den Augen. Und deswegen, ähm, denke ich mal, das wäre ganz gut, sie zu benutzen. Und, ja, die haben mir jetzt auch nicht so viel gekostet, um sie mal zu testen. Dann, ähm, ja, für meinen Freund ein Rückenwohlbad, weil der momentan einfach, ich, keine Ahnung, sitzt falsch auf der Arbeit oder so, hat einfach immer Rückenschmerzen. Und deswegen habe ich ihm jetzt mal von, äh, Kneipp einen Rückenwohlbad geholt. Und da werde ich ihn jetzt die Tage mal reinstecken, dass er keine Rückenschmerzen mehr hat. So, dann, ähm, geben so langsam meine ganzen Cremes alle. Das werdet ihr demnächst auch sehen, ähm, in meinem Aufgebrauchtvideo. Ich habe eine Riesenkiste im Bad stehen mit, äh, tausend aufgebrauchten Dingen, die ich euch noch zeigen möchte. Und, ähm, da habe ich jetzt von Balea mal ausprobiert die Morgenfrische Tagescreme. Und die, ähm, Abendruhe-Nachtcreme. Die eine ist für strahlende Haut und die andere ist, ähm, regenerierend. Also so, wie es halt sein soll. Ich hatte lange überlegt, ich stand lange vor dem Regal, meine A-Aug-Pflege wiederzuholen. Leider hatten sie, ähm, nur die Tagespflege und nicht die Nachtpflege. Und ich habe gerne von einer Marke beides. Deswegen dachte ich mir, ähm, für, ich glaube, 1,65 kosten die jeweils. Ähm, kann ich da nichts falsch machen. Wenn ich es nicht vertragen sollte, werde ich sie einfach nicht mehr benutzen. Und mir dann meine A-Aug-Pflege, die ich ja sehr, sehr gut vertragen habe, wieder nachkaufen. Wobei ich davon auch immer nur die Tagespflege hatte. Und, ähm, bisher immer irgendwelche anderen Nachtpflegen, ähm, da ich, ja, ich weiß gar nicht, warum ich von A-Aug die Nachtpflege noch nie hatte. Beziehungsweise, ich glaube, einmal hatte ich sie ganz am Anfang, aber das ist schon lang her. Das hält halt bei mir auch, diese Riesenpötte halten bei mir halt auch immer ewig, ewig lang. Ähm, weil ich halt wirklich nicht viel davon benutze. Aber die sehen jetzt auch nicht aus, als wäre da super viel drin. Ähm, ja. Ich werde es einfach mal ausprobieren. Wenn es euch interessiert, schreibt mir einfach ins Kommentarfeld. Und ich werde euch darüber berichten, wie die Cremes sind. Ähm, auch wenn ihr sie selbst benutzt und schon Erfahrungen damit gemacht habt, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben. Und, ähm, ja. Dann habe ich noch einen Waterproof Eyeliner von Essence gekauft. Ich benutze ja normalerweise auch den normalen Eyeliner Pen von Essence. Jetzt habe ich mal einen Waterproof gekauft. Ähm, das ist die Farbe schwarz. Also von diesen Eyeliner kaufe ich eigentlich immer nur schwarze. Ähm, ja. Und damit ziehe ich mir einfach meinen Lidstrich und meinen Wing. Und, ähm, ja. Mal schauen, ob der länger hält. Also andere verwischen ja schon mit der Zeit immer. Auch wenn es Superstay-Liner sind. Und, ja. Da werde ich einfach mal austesten. Und dann habe ich mir noch drei Lippenstifte von P2 gekauft. Der eine ist ein Pure Color Lipstick. Das ist, ähm, 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 hast du eine Farbe? Da. Die 011 via Medici. Ähm, ja. Der sieht relativ dunkel aus auf dem Foto. Ist aber eigentlich, oder beziehungsweise auf dem Foto, auf dem, ähm, ja. Der Markierungsaufkleber auf der Bezeichnung. Ist aber eigentlich gar nicht so dunkel. Ähm. Der geht so ein bisschen ins Bräunliche. Und, ja. Den fand ich ganz schön, weil momentan trage ich auch recht viel Lippenstift auf der Arbeit. Und, ja. Da habe ich den allen mitgenommen. Und die anderen beiden, das sind aus der, ähm, das sind die Sheer Glam Lipsticks. Das ist einmal die 009, Message in a Bottle. Der sieht einfach so aus. Und so. So. Ja, der geht so in Richtung Nude. Und sieht auf der Haut so aus. Das ist der hier unten. Ähm, ja. Fand ich auch ganz, ganz schön. Ich stehe ja auch auf ganz dunkel-lilane Lippenstifte. Aber, ähm, ja. Die sind auf der Arbeit nicht ganz so angebracht. Weil, ja. Büro und, ähm. Ja. Wird nicht so gerne gesehen. Deswegen muss ich da halt schon so ein bisschen auf die neutralere Schiene umsteigen. Und, ähm. Ja. Dann habe ich noch die 007. And why I love you gekauft. Das ist so ein orange, äh, stichiger Lippenstift. So sieht der aus. Das ist der untere. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja. Und die sind halt alle sehr, sehr schön. Von der Farbe her. Nicht so stark auch pigmentiert, sodass ich die halt wirklich für jeden Tag nehmen kann. Und, ja. Das war es mir. Doch. Eine ganz besondere Sache. Die habe ich aber schon in Benutzung. Ähm. Ähm. Das ist von L'Oreal, ähm. Das Hydra Active 3 Mietzellentechnologie Reinigungsfluid. Das ist super, super geil. Also, das hat mir eine Freundin empfohlen. Ähm. Ja. Ich wollte wieder zu meinen stinknormalen Abschminktüchern greifen. Hab ja momentan auch, ähm, noch von Lancaster hier, ähm, im Test so eine Mini-Flasche von einem Express, äh, Cleanser, den ich auch sehr, sehr gut finde. Aber mir nicht kaufen werde, weil er einfach zu teuer ist. Ähm. Und, ähm, das Mietzellenwasser ist halt jetzt auch ohne Alkohol und sonstiges. Also reizt auch nicht die Haut zu, wie, ähm, ja, der Lancaster Reiniger. Und, ja, ich bin einfach super, super begeistert davon. Also, ich benutze es jetzt schon seit ein paar Tagen und es ist so, so, so gut. Es entfernt wirklich jegliche, ähm, wasserfeste, ähm, Mascara, alles wasserfeste Make-up, das komplette Augen-Make-up. Und, ja, aber jetzt war's das. Und, ja, wenn ihr demnächst irgendwelche Video-Wünsche habt oder, ähm, ja, irgendwas über mich wissen wollt, was sehen wollt, dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare. Und, wenn euch meine Videos gefallen, dann abonniert mich doch gerne und bis demnächst. Tschüss!